Team Direkt Unterwegs Wir als Tischlerei sind bemüht für unsere Kunden eben halt staubfrei zu arbeiten. Bevor wir das Haus begehen, legen wir dort schon mal Robustplatten aus und sprechen dann alles weitere mit dem Kunden ab. Wobei man auch selber von sich aus, wenn bei uns eben halt ein Handwerker ins Haus kommt, möchte man nach so einem Handwerkereinsatz keinen Gebäudereiniger haben, sondern eben halt man möchte seine Räumlichkeiten nutzen. Und für uns ist es auch ein Qualitätsmerkmal, auch vom Kundenherrn Lob zu hören, zu sagen, Mensch, habt ihr Klasse gemacht und ich brauchte meine Wohnung und die neu reinigen. Aber wie gesagt, unser Vorteil ist eben halt das Strahlen der Kunden zu sehen, wenn man eben halt seine Arbeiten beendet hat. Und wie gesagt, was uns eben halt sehr, sehr auffällt, ist eben halt die Weiterempfehlung der Kunden aufgrund der staubfreien Arbeiten, die wir dort verrichten. Und wie geht es nun wieder so! Unsere Akstern